es hallo und herzlich willkommen bei der Runde Terraria dritter Part so ungefähr jetzt muss ich wieder er die lautstärke Prozent musik zurückdraht weil das finde ich immer viel zu laut aber sie ist vielleicht gottes herz aber ich finde es laut ich hätte es uns kommen lassen ich brauche es länger nein das ist doch dann fangen wir wieder ich glaube ich habe es ein stäbchen beim hausbauern Prozent er lässt mich dann mit Freitag um schütte Töchel für diese die Uhr auf zum Auftrag wird ganz kurz schärter der 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 Uhr Prozent doch aber passt aufs aufdraht so wie es so ist es schaue ich glaube wir haben aufgrund mit ob sie etwa wer jetzt play da geht es weiter und es kommt wieder mein sprichal der buch die sondi geht auf sondi geht auf sondi geht und herr und geht auch 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 ab die im Moment gar nicht sehen ich weiß ja was wird der Leute los die Prozent warum ist die Musik trotzdem nur so laut zu besitzen ist er abgestattet zu laut noch praktisch ich hätte gesagt hier habe ich was aber immer dieses Bild wird Aargo da will ich sie tun gehen was Lala 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 nach schnell schnell eine eine und wenn ich überdruckt ist worden muss man da bitte immer so Alter, nein, 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 lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, warum hab ich keine Sound jetzt mehr, jetzt hab ich kommt die Musik gerade, so, so passt es mal, ja, da sind wir, jetzt weiß ich wieder, da wollte ich da nichts mehr erheben, und da, ja, da sind wir, weil ich weiß es auch nicht mehr, ich hab jetzt schon länger nicht mehr gespielt, Entschuldige, weil es so lange schon da kein Video mehr rausgekommen ist, in der Woche, aber, wie ich es vielleicht schon gehört hab, ich war, boah, schreck mich, auf, 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 Wintersportwochen, und da haben wir, da haben wir, da haben wir, jetzt seid es leider da draußen, ich möchte was erzählen, Boah, jetzt geht der anweh, nein, da kommen die Zombies, das kenne ich schon, die scheiße, nein, da haben wir, äh, da war ich eine ganze Woche, boah, jetzt ist es wie so laut, so jetzt, da war man da eine ganze Woche, in, äh, wo war das, scheiße, obertraut, obertraut, nein, ich war da, zum Skifahren gewesen, und ja, darum hab ich kein Video hochladen können, so jetzt, mir ist, mir ist, mir ist viel gelag, äh, mir war es wirklich laut, ich hab, kein einziges Video hochladen können, genau, das ist, entschuldige, für das, ich hab wirklich nie eine Zeit gehabt, Grundschleim, Zombie, 40, na klar, nein, das Ei wird dann umgekehrt, dass mich ja die nicht drin haben, so, was, ich glaub, sonst, da wäre, was erzählt, ein, ich hab den Part 2 jetzt einstehen, eingestellt, der war gestern, gestern, ja, kommt drauf an, weil ich beim das Video hochladen, das da, das, was ich gerade gemacht, das, 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 weil das hochladen, äh, aber ich glaub, ich würd's, ja, hexten Zeiten hochladen, oder dann, morgen, kommt drauf an, ah, was, was seh ich da drin, du, allah, ich so fad, ich weiß immer net, wie immer Bitboard, ich muss unbedingt mal was, äh, googeln, oh, was ich da kann, hab ich, hab ich, fackeln, äh, jetzt, fackeln, äh, ach, was ist das, ah, jetzt, da war da, ja, genau, da hab ich nix, und da muss da auch nicht hin, so, da muss da auch noch hin, du, sonst, schau, das ist ein wenig komisch da aus, cool, der Baum wird sicher wachsen oder drin, eindeutig, so, aber jetzt, Alter, jetzt, was heißt, ruhig, oder, ich bring euch um, oder? Ha, das sind so viele, so, ich muss machen, soll ich nicht kochen? Nein, ich mach's jetzt nicht, weil ich hab keinen zweiten Schutzbunker, 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 ne, nicht Schutzbunker, so, nein, hä? Herr, stell, Manner-Kristall, verbrauchbar, ach, holt, maximals Manner mit zwei, äh, machen wir mal sowas, Manner-Kristall, was ist das? Äh, Ah, hab ich da jetzt mehr Damage, oder was? Vielleicht, vielleicht aber eine, kann sein, Manner, was ist denn Manner? Könnt's mal in die Kommentare rein schreiben, oder ich google's einfach mal. Ha, Da, ich bring's gleich um weiter. Das nervt schon so richtig. Und mir geht da nix mehr. Ah, Shit, jetzt kann ich da wieder da weitergraben. Ich glaub, spannend ist das nicht so. Da, da so richtig jetzt. Ah, Jetzt kann ich da nicht verbrauchen. Ah, Jetzt kann ich das Video jetzt abmachen. Hä? Ha, Die Backel bleibt sogar da an. Aber was soll ich? Scheiße, jetzt hab ich's anbauen. Äh, ach, lass ihn jucken. Na, ach, sie juckt. Die Zombieschreie und ich, nein, nein. Weil ich hab mal so ein, ich hab mal so ein, so ein, Verbrenner-Auto gehabt. Da ist immer oben geschaut, ein Detonator. Vielleicht kennt's ne, so ein Monster Truck. Und den hab ich auch oft. Und der freu, ich weiß ja nicht, wie lange war das. Ein halbes Monat. Nein, zwei, zwei, drei Monat. Und was ist dann passiert? Er hat sich detoniert. Also, alles kaputt. In Mutter ist Sound reinkam. Sand. Also, Sand. Wie ist denn bitte so einig, ich kann mich checken. Also, kauft sich nie ein Detonator, weil. Der detoniert sich immer selber. Detonator. Darum steht da Detonator oben. Darum. Ach, diese Auge. Da muss man Arnold Bühel überlegen, was sie dann für, äh, Bilder machen. Scheiße, jetzt bringe den Scheiße gleich um! Gääh. Gääh. Ach Gott. Jaaaa! Jaaaa! Boah! Boah! Boah, 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 boah! Diano! Jaaa! So macht man das! Boah! Hab ich gesehen, Alter! Boah! Jaaa! Ist halt schon halt das viel stärker! Geil! Geil, geil, geil! Aber ich glaub, das kann ich immer noch nicht umbringen! 4. ist 68! Nein, das wird sich nicht recht ausgehen! Ah, ich könnt's mir in die Kommentare reinschreiben! Was ich, ich hab das nicht so überlegt, was ich noch da kenne, dass, äh, so jetzt bei der Hütte ein riesen Hüttenbau, ein riesen, äh, Dinger, da sind keine Zombies mehr dazu gekommen, oder, 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 äh, armutumforschen und Sachen finden und Sachen töten und aufmutzen und so Zeug. Komm schon, ja! Komm schon, ja! Boah! Boah! So, wenn ich die... HAHA! Seht's das? Ich suche mein Kalt, jetzt leider nicht schaue. Da war der Kof! Ah, jetzt kommt da wieder so einer! So schwacher! Oh, ich lasse mich nur auf, erst einmal auf! Kacke, ich muss pinkeln! Aber jetzt sind echt... Waaah! Und ich hab mir gedacht, nein, ich brauche halt, muss ich nicht mehr! Nein, ich hab jetzt keinen Wurf, ja! Ich seh! Ah ja, und ich hab mir auch noch überlegt, ich mach jetzt noch mal 15 Minuten lange Folgen! Weil... Hey, jedes Mal, wenn ich die aufladen, das dauert... Ich hab jetzt das bisschen Internet! Und jedes Mal, wenn ich die hochladen, dauert es... Zwei, drei Stunden, dann ist erst... ein halb... Ich hab das Video hochgeladen! Und das ist so mühsam, alter! Wirklich! Und jetzt hab ich mir gedacht, drum hab ich jetzt die... äh... die Uhr eingeschaltet! Auf mein iPod! Ja, zehn Minuten haben jetzt! Bah, jetzt mach ich die aber nicht eine ganze Zeit Uhr! Ich bin dann doch! Dann sind wir dumm sein! Jetzt kann ich wirklich die Folgen wieder länger machen! Nein, nicht wirklich! 20 Minuten! Wir haben länger, mach ich's nicht! Wir haben länger, mach ich's lieber nicht! Man weiß ja nicht, da! Läng mich ja das wirklich noch machen! Ah, und mir gehen die Hüllen raus! Jetzt bring ich das um! Oh! Warum ruckelt's jetzt? Klubber PC! Klubbert! 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 Äh! Klubbert! Töten! 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 Scheiße! Also, ich hab ne zu! Ich bin zu! Ich bin so gescheit! So gescheit! Da! Warum ruckelt's jetzt? Na ne! Ne! Bitte ne! Bitte ne! Bitte nicht! so so bleiben am besten so ich bin so ein bisschen besser scheiße auch wieder jetzt war Entschuldige LR Part 2 ich hab jetzt 6 zugeschrieben wer äh ich hab erstens denkt aber ich hab nein ich hab gesagt äh ich hab ich hab äh das Video echt wie komisch gemacht und jetzt ist der ganze Bücher immer drauf gewesen und hoffentlich ist es bei denen auch so muss ich mir dann ausschauen das war deppart sehr deppart was boogie 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 leee 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 das ist verklungbar warum leckte es jetzt ich hab ja was ist ausgeschüttet bei mir ha endlich kam die Zombies an Zombies glibers was was ich an was das ist und das eine ist auch gleich angekaut was ist denn das jetzt schon was passiert endlich wird's hell da kann man nur 10 Minuten so ungefähr halt draußen sein was waaas naaaa haa haa oh du Zombies hab ich nicht gekaue jetzt krieg mal aussiege Boah, was ist denn mit denn los? Die sind schon immer schon mit gehabt, die sind ein paar, glaube ich, eins. Der ist einfach immer komisch und immer drum geredet. Ah, jetzt liegt sie immer. Warte, das ist zu viel. Äh, hat der, was weiß ich weiß, wie viel Leben hat der? 40. Bringe leicht um, leicht. Komm schon Stanley, ich will. Äh. Ein Kind von dir. Na. Ah, da kommt er wirklich. Bleib zurück. 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 Ja. Ja. Ich wollte mal, bis es ganz hell ist, weil ich mich jetzt nicht zu einem Auge begegne. Das war jetzt bekackt. So richtig bekackt. Komm hinein, du kleine Slime. Ich werde dich aufschlitzen. Schlitzi, 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 Schlitzi! Zack. Dort. Huuu. Ich brauche unbedingt wieder Bäume, aber da müsste die Träume gehen. Ja, das steht nur Baum. Komm schon, ich töte dich, ich töte dich, ich töte dich. Der. Tut mir leid, du armer Baum. Öko-Freak. Was ist da unten? Ah, das hat er noch mal. Was ist mit dem Baum los? Baum. Baum, 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 Baum. Baum. Entschuldige. Entschuldige wegen die Aussprache. Die kommt mir auch bei mir aus, weil ich komme nicht aus Deutschland. Also. Weil ich glaube, ihr wisst ja, wo ich herkomme. Komm, komm, komm. Was ist denn da? Slimey, ich will dich töten, töten. Ah! Warum seid ihr immer so aggressiv? So. Ich muss die Bäume ausrotten, dass sie wieder mehr Platz haben. So gibt es eindeutig Sinn. Hm. So, den auch noch. So. Den auch. Dann haben wir ja keine Bäume mehr. Dann muss ich wirklich auch pflanzen. Am pflanzen. 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 Was? Ist... Leg nur Joey. Oder wie der heißt. Nein! Du hast ihn getötet. Spür mein... Au. Au, au, au. Spür mein Exkalibur. Passt. Gerecht. Ah! Zack. Zack. ein oder was mit zwei schlägern ist so gleich durch ich bin mit drei oder was bis jetzt die drei Pils Pils 3 ich glaub es waren drei zack 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 ja endlich so wie viele Bäumchen haben wir jetzt also das reicht nicht ich bin ich ja gar nicht wissen was das gerade war schleimige scheiße war das entschuldige der hat gerade wissen der war hotbar entregelt keine ich kann es auch in die Kommentare schreiben ich kann es auch in die Kommentare schreiben dass ich ruhe äh entschuldige k 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 c tech k k k k k k dicken kann nämlich hätte ich das hängen ist unhygienisch bist du das leib ich nicht du heute ist ein stück drauf ich glaube ich mache so riesen tag haus das muss ich wieder auf die uhr schauen der hat der 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 schütte wir haben aber zwei minuten naja nicht schon wieder alter mato wie der mit die kurzen folgen und ist ja nunmehr eilig stil am boden habe ich auch noch nicht drin an ich hab gar nichts zusammen braucht in der folge Was ist denn das für Kacki? Kacki? Nein! Aus! Äh... Oh, ich muss das für Kacki pinkeln. Ich sag jetzt nur mal pinkeln. Ich sag pinkeln und du sagst boahs. Zack, zack. Zack. Fehlkonstruktion. Ich bin schwer enttäuscht. Von meiner Fehlkonstruktion. Warte, die Folge ist schon wieder fast vorbei. Eine Minute hab ich noch. Außer wir halten uns nicht so schön drauf. Das können wir auch machen. Also... Aber da hab ich das Problem. Mit den... Äh... Folgen. Weil die werden dann... Ja... Was sind wir da viel zum sagen? So. So. Nein, ich hab jetzt nur schnell... Äh... Dann über die Ziel geht's ein wenig, weil... Nein, die, die vorhin mich, die wir zwängen, wer zu anbringen, noch. Sonst... Brauch ich tausend Folgen. Tausend. Ah, das ist das Dschungelkämpf vorbei. Ich hab's sicher, das auch geschaut. Dschungelkämpf vorbei. Und das ist die eine... Die alte Frau da worden. Wie weiss denn, wie die heißt? Die Moderatorin, oder wie die, was die macht. Oder mo... Gmacht hat. Glaub das hat's... Oh. Was war das? Gmacht hat, glaub ich. Der Autobus dreht sich rundherum, rundherum, rundherum. Der Autobus! Tschülige. Aggressivitäten. Aggressivitäten. Hä? Ich spreche nicht gut Deutsch, ich bin Alaba. Ah! Was ist mit dem los? Der ist immer wie drüber gesprungen und hat mir Säure ins Gesicht geworfen. Kommt der zurück? Nein, der kommt nicht zurück. Die sind gar nicht mehr so aggressive, Führer. 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 Wo ist dein schönes Wort? Führer. Das Wort. Nein, hau jetzt an von meiner Bude, oder? Das ist meine. Mein Bude. Ha! Meine Bude. So, ein Zettling, lass ich da wieder schön wachsen. Weil der wächst, du scher da unten. Zack. Hä? Oh. Perfekt hat sie sich ausgegangen. Perfekt. Nein, jetzt kommt der nächste rein. Komm schon, du Kleider. Äh. Ist das... Ist das Slimey? Slimey? Komm, na, 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 na. Und ich hoffe schon wieder überzogen. So ein Scheißdreck. Scheißdreck. So klumpert. Na, 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 na. Na, 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 na und ob man Viecher umbringt und mein Mann ergerückt das soll ich tschüss bis zum nächsten Mal und immer schön cool bleiben tschüssi scheiße falscher Knopf ich hab schon wieder verkackt nein